So, wunderschönen guten Abend meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier bei JB Trading, deinem YouTube-Kanal von Trader für Trader. Wir schauen uns gleich gemeinsam Bitcoin und Ethereum an. Was erwarte ich für die nächsten Stunden? Was ist in den letzten Stunden passiert? Haben wir jetzt womöglich den Boden drin und wir sehen eine Rallye zu 150.000, 200.000 US-Dollar, wir wissen es nicht, wir gehen gleich in den Charts darauf ein, aber ihr wisst davor gerne mal ein Like auf dieses Video vorab geben, dann legen wir auch gleich los mit der Analyse. Was haben wir heute gesehen? Es ist weiter abverkauft worden, beziehungsweise wir haben keinen weiteren Abverkauf gesehen seit meinem Update-Video heute Morgen. Das ist erstmal mal gut zu bewerten, wir sind hier auf dem 4-Stunden-Time-Frame. Wir gehen hier diese Szenarien durch, was für einen möglichen Boden spricht und was gegen einen möglichen Boden spricht, weil jetzt von einem dauerhaften Reversal zu reden, ist zu früh. Deswegen gehe ich jetzt meine Invalidierungspunkte durch. Was muss passieren, dass wir hier sagen können, okay, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Boden hier drin. Wir wissen es natürlich nicht. Ja, wir können nach Wahrscheinlichkeiten traden und erst einmal, was wir hier gesehen haben mit diesem Abverkauf. Wir haben, ja, Punkt Nummer 1 ist, wir haben die Liquidität unterhalb von diesem Orderblock abgefischt. Ihr seht hier, der Markt ist drunter gekommen und hat sich die Liquidität hier abgeholt unter diesem blauen Kästchen. Das ist halt dieses Szenario 2, dieser Orderblock, wo ich schon seit Monaten für euch drin habe, wo ich gesagt habe, wenn wir in diesen Orderblock gehen, erwarte ich erstmal einen stärkeren Bounce. Jetzt haben wir hier drunter, sind wir drunter gegangen, Liquidität abgefischt und danach direkt Bounce direkt wieder über den Orderblock. Das ist erstmal positiv zu deuten. Ist gut für uns Bull. Was auch noch dafür spricht, ist, wir haben hier das grüne Szenario bis jetzt gehalten, die 56.100 bis 46.000 US-Dollar. Auch hier eine Reaktion knapp unterhalb vom 66.7er. Ist auch positiv, dass der Markt nicht so weit runtergerutscht ist bis zum 78.6er. Das spricht auch dafür. Das ist Punkt Nummer 2. Und was wir jetzt auch noch angucken sollten, wäre, schauen wir uns mal das Volumen an und dafür gehen wir auf den Tagestimeframe und sehen hier das Volumen, das ist vom heutigen Tag. Seht ihr, wo das ist? Jetzt ziehen wir das mal zusammen, da sind wir, wir sind hier auf dem Tagestimeframe, auf dem Volumen. Und ihr seht es hier, zumindest auf dieser Börse, auf BitCat, ist es auch nicht die allerkleinste Börse, aber es dürfte sich ungefähr auf allen Börsen ähnlich verhalten, haben wir hier extremes Volumen reinbekommen. Ja, das heißt, hier ist viel, viel Handelsaktivität. Und da wir nicht unter dem Orderblock geschlossen haben, stand jetzt in der Tageskerze, könnte das hier auch wieder etwas Bullisches sein. Viel Kauf oder viel Volumen, aber nicht unterhalb von einem Orderblock geschlossen. Ja, ihr seht es hier, also wir hatten hier auf BitCat zumindest noch nie so großes Volumen wie heute. Ja, das wäre auch nochmal ein Punkt, was man sagen kann ist, okay, Boden, Reversal ist wahrscheinlich drin. Auch hier RSI, schauen wir uns auch den RSI an. Ihr seht es hier, heute Tagestimeframe, überverkaufter Bereich. Jedes Mal, wenn wir im überverkauften Bereich beim RSI waren, gab es zumindest mal eine Erholung, eine stärkere Erholung. Ja, wir sehen es immer wieder, rein, direkt wieder raus, rein, direkt raus, rein, raus. Also, ihr seht es, überverkaufter Bereich, Tagestimeframe, Bitcoin, können wir soweit zurückgehen, wie wir wollen. Ist immer ein guter Indikator gewesen, dass wir zeitnah zumindest mal in den nächsten 1-2 Tagen direkt wieder Bullisches Momentum aufbauen könnten. Das erst einmal dazu, zu diesem Indikator. Also, es spricht einiges dafür, dass wir hier den Boden drin haben. Auch die Gegenbewegung nach oben ist bis jetzt gut. Ja, ist ein schöner Bounce. Und wie gesagt, ihr seht es hier, wir sind hier oberhalb von diesem Orderblock. Das ist gut, wir sollten hier auch drüber schließen, den Tag über den 53,5. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn wir das hinkriegen würden mit Bitcoin. Und jetzt schauen wir mal, was passieren muss von der Price Action her, dass ich sagen kann, okay, sieht alles nicht schlecht aus. Wie gesagt, die Aufwärtsbewegung hier nach oben, die war erst einmal gut, aber wir müssen jetzt gucken, dass wir in den nächsten Wochen dieses High rausnehmen bei 67.350, 300 US-Dollar, je nach Börse. Und wie kriegen wir das hin? Ihr wisst ja, wenn wir eine Struktur bauen, dann muss ja irgendwo Sinn ergeben. Und wenn wir jetzt diese Aufwärtsbewegung nehmen und unsere FIP-Extensionslevel einzeichnen mit einer möglichen Struktur, mit einer möglichen Sequenz, da sehen wir hier mit diesem High, also von diesem Low zu diesem High, sehen wir unser FIP-Extensionslevel. Und dann zu einem möglichen Korrekturlevel nach unten, da sehen wir, sagen wir, das High bleibt jetzt hier bestehen bei knapp 55.000 US-Dollar. Wir gehen jetzt runter auf 51.500, 52.000, ja sowas in den Dreh herum. Dann sehen wir, da hätten wir das C-Level genau hier oben in diesem bearischen Treffende-Bereich, in diese gelbe Box. Wäre jetzt nicht ganz optimal. Also entweder wir sehen jetzt hier einen Bounce nach unten, machen eine Sequenz, bringen die zu Ende und dann von hier aus eine neue Struktur, eine neue Sequenz, die uns dann hier oben drüber hinbringen sollte. Oder wir gehen einfach hier jetzt direkt automatisch noch etwas höher, in den Bereich von 58.000 vielleicht und sehen dann ein erstes Korrekturlevel, mit dem wir dann direkt hier oben drüber hinaus brechen können. Wir wissen es nicht, deswegen sind meine Anhaltspunkte, wo ich sage, okay, das muss passieren, dass wir sagen können, okay, wir haben den Boden hier drin. Es gibt auch noch andere Indikatoren, die ich beobachte, wo die Wahrscheinlichkeiten steigen, aber das ist dann für den Traders Club, die meine Trade-Einstiege, wenn ich eine Long-Position eröffne bei Bitcoin. Sieht erstmal alles gar nicht so schlecht aus, dass wir direkt einen Bounce haben, auch bei den traditionellen Märkten. Die haben alle sofort zu Sessionbeginn, haben die gebounced. Müssen wir gucken, liebe Leute, ich kann das wirklich nicht beurteilen, weil das Problem ist, ihr wisst ja normalerweise, wir brauchen erstmal ein Higher High in dem Markt und Higher Lows. So, das letzte High, ja, durch diesen scharfen Abverkauf, es war halt nur mal bei den 70.000 US-Dollarn. Ja, das heißt, rein theoretisch, bis wir nicht die 70.000 rausnehmen und dann zurückkommen, dann ein Higher Low bilden, sind wir immer noch in einem Abwärtstrend. Es ist, wie es ist und auch hier oben verläuft diese vermeintliche Bull-Flag, wo wir heute Morgen ja auch diesen vermeintlichen Fake-Out hatten, wo wir dann wieder jetzt reingekommen sind. Ihr seht, diese weiße Linie, was wir hier haben, ups, ja, also es kann sein, dass wir jetzt hier wieder hier bouncen, so wie es wir hier hinten hatten, hier hinten hatten, ja, dass wir vielleicht jetzt hochgehen, so nochmal antesten und dann von hier aus bouncen nach oben in diesem Bereich, hier wieder abgelehnt werden, dann stärker zurückfallen, ja. Ja, je nachdem, wie lange das hier auch geht, könnte es ja auch sein, dass zum Beispiel jetzt unser BC-Korrekturlevel sich weit nach hinten schiebt, in diese Region hier hinten. Und das wird dann auch wieder passen mit der Linie, die geht ja auch weiter runter dann, dass wir dann halt hier irgendwann mal hochgehen in den nächsten Tagen und Wochen, dann von hier aus bouncen oder halt abgelehnt werden, dann wieder zurückfallen und abverkauft werden in diesem übergeordneten Worst-Case-Szenario von mir, bei 44.000 bis 27.000, 28.000, sowas im Dreh herum. Also, erstmal durchatmen, wir sind sowieso nicht panisch, ja, wir hatten ja dieses Szenario schon seit Monaten, wo ich immer gewarnt habe, immer mal wieder. Ja, da gab es auch den Zuspruch aus meiner Community, dass ich solche Szenarien auch immer wieder in Gedächtnis rufe, ja, nicht alles bullisch sein. Es waren nicht meine Primärszenarien, es gibt es auch, es sagt es, wie es ist, ja, ihr könnt meine Videos anschauen. Es bringt nichts, wenn ich das Gegenteil behaupte. Das hier waren absolut nicht meine Primärszenarien, ja, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Jetzt ist es halt dazu gekommen, es gab diese Makro-Geschichten, ja, mit jetzt möglicher Rezession. Deswegen, aber ihr wisst ja, wenn irgendwelche News kommen, spielen die uns in der Regel in die Karten. Ich habe das mit dem Szenario 2, mit diesem Orderblock schon vor einigen Tagen oder schon vor 1-2 Wochen schon gesagt zu euch. Wenn wir hier runterkommen, diesen Bereich hier oben verlieren, die 60.000, dann gehe ich stark davon aus, dass wir diesen Orderblock anlaufen und eventuell auch die Liquidität unterhalb oder zumindest aus dem Orderblock rausholen und danach den Bounce sehen können. Stand jetzt ist es genauso gekommen. Dieses Szenario, wie gesagt, wir können es nicht wissen, wir wissen es nicht, wir können nur das traden, was uns der Markt gibt. Und wenn wir jetzt hier einen starken Bounce kriegen und ich sehe erste bullische Anzeichen, gehe ich wieder mit einer Position Long, Traders Club natürlich sowieso und auch im Copy Trading wieder eine Long Position. Aber wie gesagt, dafür brauche ich erstmal bullische Beweise. Stand jetzt haben wir bloß den Bounce, der sehr, sehr schön ist. Und wie gesagt, wir sollten halt den heutigen Tag hier oben drüber schließen, ja. Über den 53.353,5 wäre nicht schlecht. Und wie gesagt, umso höher wir steigen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann in einem kleinen Pullback, in einem kleinen Rücksetzer hier ein Korrekturlevel anlaufen und dann von hier aus direkt über die 70.000 rüber gehen. Ja, also es ist nicht alles so schlecht, wie es den Anschein hat oder wie es heute Morgen vielleicht noch bei dem einen oder anderen YouTuber hieß. Wir sind hier auf alle Szenarien vorbereitet und haben, wenn man meinen Kanal aufmerksam verfolgt, diese Szenarien schon seit Monaten im Kopf. Ja, gucken wir mal, wie gesagt, das hier ist immer noch nicht aus der Luft. Sollten wir hier auf dem gelben BC-Korrekturlevel hier oben rejected werden, könnt ihr nochmal runtergehen, das auf gar keinen Fall vergessen, ja. Wie gesagt, und sowieso seit Wochen, Monaten sage ich zu euch, solange wir nicht die 70.700 US-Dollar nachhaltig herausnehmen, ist die Gefahr deutlich erhöht, dass wir hier nochmal eine stärkere Korrektur sehen. Jetzt ist sie gekommen. Gucken wir mal, wie das hier ausgeht, die nächsten Stunden und Tage. Gehen wir auch auf Ethereum. Was auch jetzt dafür spricht, ist, dass wir bei Bitcoin eventuell den Boden gesehen haben, ist, dass Ethereum schon in seinem Gesamtkorrekturlevel drin ist. Also das ist das Korrekturlevel von der gesamten Aufwärtsbewegung von Ethereum seit Bull Market Start, ja. Oder seit dem letzten Bärmarkt tief aus dem Jahr 2022, aus dem Juni 2022, haben wir schon das Gesamtkorrekturlevel angelaufen bei Ethereum. Deswegen, viel tiefer sollte der Markt nicht gehen. Also vielleicht, vielleicht in dem Bereich von 2.000 US-Dollar noch einmal, aber viel tiefer sollte der Markt nicht gehen. Was ich noch vergessen habe bei Bitcoin, genau. Bei Bitcoin, was auch noch ein weiterer Indikator ist oder sein könnte, ist, wenn wir uns hier das Gesamtkorrekturlevel anschauen, ja, das Szenario 1 hier, diese weiße große Box, wenn wir hier noch das 38.2er zur Hilfe nehmen, jetzt kommt nämlich etwas Spannendes. Das 38.2er liegt hier oben bei 51.514 US-Dollar. So, ihr wisst, wenn ein Markt extrem bullisch ist, dann reagiert er auch oft zwischen dem 38.2er und dem 50er Retracement. Und heute haben wir das genau gesehen, wir sind hier reingegangen, hier oben liegt das 38.2er und wir sind hier zwischen 38.2er und dem 50er Retracement rein und sehen jetzt erstmal einen kleinen Bounce, ja. Das könnt ihr auch dafür sprechen. Warum? Weil wir das bei Bitcoin den ganzen Bull-Markt über schon so haben. Ja, ihr wisst vielleicht noch, wenn ihr meinen Kanal aufmerksam verfolgt, wir hatten es hier, wo ich meinen ersten Trendwendebereich mitgeteilt habe, August vor einem Jahr. Da ist der Markt auch hier nicht reingelaufen in unser Gesamtkorrekturlevel beziehungsweise hat das 50er Retracement nicht angelaufen. Er hat hier zwischen dem 38.2er und dem 50er Retracement reagiert, hat sich akkumuliert und hat dann den Run-Up gezeigt. Auch hier im ersten BC-Korrekturle von dieser blauen großen Sequenz. Er kommt zurück, reagiert genau zwischen dem 38.2er hier und dem 50er Retracement und danach kam der fast schon parabolische Anstieg hier nach oben auf die 74.000 US-Dollar. Also das könnte auch sein, dass wir das Gleiche, was wir hier hatten, hier auch nochmal kriegen, nur in groß, ja. Also das würde auch nochmal dafür sprechen, dass wir eventuell hier den Boden drin haben. Wie gesagt, wir können es nicht wissen. Wir müssen die 70.700 meiner Meinung nach nach wie vor rausnehmen. Und zwar deutlich rausnehmen. Bis dahin ist eine Korrektur nach wie vor möglich, dass wir hier sogar nochmal tiefer abverkaufen, ja. Auch dieser Trendkanal, diese vermeintliche Bull-Flag, müssen wir auch weiterhin beobachten. Die verläuft jetzt weiter nach unten natürlich. Wie gesagt, dieses Szenario mit der weißen Box habe ich euch gesagt. Also schauen wir mal. Wir kratzen an den 55.000 US-Dollar bei Bitcoin gerade. Also das wäre auch eine Möglichkeit, dass wir hier schon den Boden gesehen haben. Das wäre ein weiterer positiver Aspekt, dass es so sein könnte, aber nicht sein muss, ja. So, jetzt gehen wir auf Ethereum, wie vorangeschnitten ist. Auch hier wäre es gut, wenn wir nicht mehr wirklich tief fallen. Wir haben das 61.8er angelaufen. Bei Ethereum sieht es etwas anders aus. Er hat den ganzen Bull-Markt über alle Trendwendebereiche sogar teilweise deutlich unterschritten. Jetzt hier im ersten Trendwendebereich ist der Markt deutlich drunter gegangen, aber hat ein Higher-Low gebildet. Auch hier im BC-Korrektur-Level ist der Markt ganz in das Level reingelaufen. Er hat nicht eine frühzeitige Reaktion hier oben irgendwo gezeigt, sondern ist in das Level komplett reingelaufen. Aber danach kam halt auch der parabolische Anstieg bei Ethereum. Ja, deswegen ist bei Ethereum etwas anders. Er ist nicht ganz so bullish wie Bitcoin. Wir sehen jetzt einfach, dass einfach die Trendwendebereiche stärker anläuft, weiter in die Bereiche reinläuft, als es Bitcoin übergeordnet die ganze Zeit gemacht hat, ja. Also, bei Ethereum müssen wir jetzt einfach gucken. Auch hier haben wir immer noch diese große bearische Sequenz aktiv, die auch weiterhin Ziel-Level unter den 2.000 US-Dollar hat. Schauen wir mal, welche Levels hier rausgenommen werden müssen von den Bullen. Damit wir sagen können, auch bei Ethereum, okay, das war es mit der Korrektur. So, das machen wir jetzt dann richtig. 38.2 hier raus. Also, bei Ethereum ist es für die nächsten Wochen und Monate wichtig, dass wir diesen Bereich hier rausnehmen. Und zwar die 3.042 bis 3.577 US-Dollar. Ist noch ein weiter Weg bis dahin. Aber, wenn wir wissen, Ethereum kann so etwas hinlegen, ja. Da ist dann das hier dann doch nicht mehr allzu weit entfernt, ja. Also, bei Ethereum, auch hier ganz klar, wir sollten auch meiner Meinung nach noch etwas höher gehen, bevor wir eine kleine Korrektur einlegen. Vielleicht hier in diesem Bereich, dass wir so etwas sehen, hier diesen Bereich von unten antesten, eine kleine Rejection bekommen und dann hier in einem Korrektur-Level ein Higher-Low bilden, dann von hier aus diesen Bereich rausnehmen. Das ist mein Fahrplan bei Ethereum. Eine Möglichkeit, schauen wir uns nach unseren FIP-Levelen an, ob das überhaupt Sinn machen würde. Also, wir haben dieses Low, dieses vermeintliche. Wir gehen hoch auf die 2.820, 2.800, werden Rejected, gehen runter noch einmal auf die 2.500 zum Beispiel, ja, oder knapp 2.450. Das wäre irgendwo ein Gesamtkorrektur-Level von dieser Aufwärtsbewegung, von dieser vermeintlichen Aufwärtsbewegung hier, wo wir hinlegen könnten. Dann seht ihr, wären die Ziel-Level tatsächlich oberhalb von diesem Trend-Wende-Bereich, von dem Bearischen, ja. Das wäre erstmal gut, also, dass wir hier noch etwas höher gehen, in den Bereich von 2.800 oder wir machen das halt in zwei kleineren Sequenzen, ja, dass wir jetzt hier so etwas sehen. So, jetzt eine kleine Korrektur, eine Mini-Korrektur, dann gehen wir das Ziel-Level hier, von hier aus, aus diesem Ziel-Level dann runter, dann hier so etwas und dann von hier aus weiter nach oben. Ja, wie wir es machen, ist egal. Hauptsache, in den nächsten Wochen nehmen wir dieses Level hier raus, diese gelbe Box, müssen wir rausnehmen. Im besten Fall gehen wir nicht nochmal tiefer, aber auch bei Ethereum nicht vergessen, wir sind hier in einer Bearischen, in einer Bearischen Sequenz, die Ziel-Level nach wie vor unter den 2.000 US-Dollar hat. Also auch das ist möglich, dass wir vielleicht nochmal ein kleines Low sehen, in diesem Bereich hier runtergehen und dann von hier aus dann einen parabolischen Anstieg sehen sollten und können, ja. Also, das ist mein Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate. Gucken wir mal, ob es sich so ausgeht. Auf jeden Fall seid ihr, wie immer, hoffentlich bestens vorbereitet für alles. Jetzt gilt es erstmal abwarten, Tee trinken, ob der Markt sich irgendwelche bullischen Zeichen, ob es uns irgendwelche bullischen Zeichen gibt. Und die werden erstmal, das war alles, was ich euch vorher gesagt habe. Und natürlich, wenn er zurückkommt, eine kleine Korrektur, wenn wir dort ein Higher-Low bilden, dann wäre es schon mal für jeden Anfänger deutlich zu sehen, okay, es kann sein, dass wir den Boden drin haben. Davor würde ich keine Long-Position eröffnen. Ich warte auch mit dem Traders Club und dem Copy Trading, bis ich Bestätigung habe, dass sich ein Long lohnt, ja. Ob es jetzt nur hier hoch ist, bis in diesen Trendwende-Bereich oder wir den länger halten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall brauche ich die Bestätigung. Ich eröffne nicht blind irgendwo Long-Position, nur weil es sein kann, ja, dass wir hier den Boden haben. Okay, also erstmal dazu. Und ich würde sagen, das war es mit dem Update-Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen Abonnenten, die dazugekommen sind, mich hier unterstützen. Für die ganzen Kommentare, Leute, klasse. Wir haben erst ein paar Tage von diesem Monat durch und wir haben schon über 50 neue Mitglieder hier auf dem Kanal. Die 1600 schaffen wir diesen Monat, bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Dank eurer Hilfe. Und deswegen empfiehlt gerne weiter diesen Kanal, falls euch das gefällt, was ich hier erzähle und es Sinn macht für euch. Deswegen, ich wünsche euch einen wunderschönen Montagabend und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Update-Video. Euer Joe, macht es gut und ciao, ciao, Leute.